Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heutige Frage, und das seht ihr bereits im Thumbnail, ihr seht es bereits im Titel, es ist kein Clickbait. Heutige Frage, die ich heute nach einer Woche Release ein bisschen vorzeitig beantworten möchte. Übrigens, ihr seht richtig, das hier ist ein Männerbart. Ich sehe aus wie ein richtiger Mann. An alle Bartträger da draußen, beste Grüße, lasst ein Like da. An alle Männer, die noch keinen Bart haben, bei euch kommt das noch. Und an alle Frauen, die einen Bart haben. Die Frage, um die sich heute alles dreht. Hat Sledgehammer Games mit dem neuesten COD-Teil, also Modern Warfare 3, geliefert? Haben sie uns ein Call of Duty gegeben, nachdem wir gerufen haben, was 70 bzw. 80 Euro auch wert ist, sozusagen. Und ein kleiner Überblick über das, was kommt, genauso wie das, was jetzt da ist. Und ein sehr direkter Vergleich, denn das müssen wir. Das sind zwei Teile, die aufeinander aufbauen, nacheinander kommen. MW2, MW3. Viel weniger darum, welche Gameplay-Entscheidung MW2 getroffen hat, sondern auch vor allen Dingen, wie ein Entwicklerstudio wie Infinity Ward, was größer ist als Sledgehammer, mit drei Jahren Entwicklungszeit vorangekommen ist. Im Gegensatz zu Sledgehammer, die laut mehreren Berichten maximal 16 Monate gehabt haben für, wie auch immer ihr MW3 nennen wollt. Kleiner Reminder übrigens, die BlackBerry hat angefangen und ihr habt so ein bisschen den Shop attackiert, sag ich mal. Vielen Dank dafür von mir, von Herzen, an jeden Einzelnen, der im Holy Squad mittlerweile dabei ist. Ich kann ja immer sehen, wie viel Bestellung eingehen. Es ist Wahnsinn, wie sehr ihr euch eingedeckt habt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich gehöre zu den Creatoren in Deutschland, die höchstwahrscheinlich mit Abstand, sehr, 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 sehr wahrscheinlich mit weitem, weitem Abstand am kritischsten sind. Viele Entscheidungen, die das Unternehmen Activision treffen, sind bohnlos, schlecht, Gewinnmaximierung, Gewinnoptimierung und alles auf dem Rücken der Community. Alles auf den Rücken von allen Spielern. Ob das GBS Matchmaking ist oder Engagement-Optimized Matchmaking, ob das die Release-Zeitpunkte der Games sind, ob das der Content ist, der in den Seasons reingebracht wird. Und ich habe auch im letzten Jahr und auch in diesem Jahr noch sehr, sehr häufig gesagt, dass es meiner Meinung nach eigentlich an Dreistigkeit nicht zu überbieten ist, dass ein Game wie Modern Warfare 3, was laut sehr, 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 sehr vielen Berichten ja nur ein DLC sein sollte. Im Prinzip, was der Plan war, MW2 sollte eins zu eins so bleiben, wie es ist. Es sollte für einen Aufpreis, dieser Preis wurde nie genannt, ein Map-Pack kommen. Das, was wir jetzt im Prinzip mit den MW2-Maps in MW3 bekommen haben. Dazu sollten es ein paar neue Waffen geben und das sollte dann der Übergang sein zum Call of Duty, auf das gefühlt alle warten. Call of Duty, Black Ops 6, The Final, irgendwas 2024 von Treyarch, die das allererste Mal seit über 8 Jahren mehr als ein Jahr in Ruhe an einem neuen Call of Duty arbeiten können. Treyarch bisher, ob jetzt Cold War, was noch einer der schlechteren Teile ist, Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 4, die Black Ops-Reihe ist, glaube ich, bei den meisten Fans beliebt und deswegen ist Treyarch eben für die meisten auch das AAA-Studio, wie man es eigentlich bei Infinity Ward aus ganz vergangenen Tagen noch kannte, was es aber nicht mehr ist. Jetzt muss man natürlich bedenken, dass wir dieses Jahr keine nagelneue Version von Call of Duty bekommen haben. Alle Gameplay-Entscheidungen und alle Entscheidungen, die wir in-game sehen von Sledgehammer in MW3 sind mehr oder wenig überarbeitete Features, neu interpretierte Sachen, wie zum Beispiel das Perk-System, was wir so noch nicht gehabt haben und Gameplay-Entscheidungen. Ich sage hier Move mit MW3 fast 1 zu 1 wie Vanguard. Vanguard, letztes Game von Sledgehammer Games. Es sind alles Sachen, die wir schon kennen. Natürlich kann man immer noch sagen, es ist ein DLC und es dürfte keine 80 Euro kosten. Dazu muss ich nach einer Woche und zwei Tagen Spielzeit sagen, egal wie man es nennt, Call of Duty ist jedes Jahr mehr oder weniger ein DLC. Ändert sich im Core-Gameplay nicht, mit Ausnahme MW19, MW2. Das waren zwei Ausreißer, beide von Infinity Ward, beides meiner Meinung nach zu den Top 3 schlechtesten Call of Duties, die wir gehabt haben. Auf Platz 3 dicht dahinter Vanguard. Das einzig Gute, was von mir Pluspunkte bekommt bei Vanguard, ist das Movement-System, das war Weltklasse und der Ableger Rebirth Island. Rebirth Island, Vanguard ohne Rebirth wäre für mich ein komplettes COD-Jahr ohne Content gewesen und ich hätte einfach irgendwas anderes gemacht, weil der Multiplayer von Vanguard war absolut Dogshit. Die Beta war komplett verbuggt bis zum Ende, das Game war verbuggt. Wir hatten drei, vier Monate das Krampus-Event, weil die Entwickler einfach in Urlaub gegangen sind. Und dann hat man eben bei MW2 ein Release gehabt, wo man eigentlich hätte denken können, dass alles in MW2 besser läuft. Und in MW2 haben wir aber gesehen, egal wie lange ein Entwicklerstudio wirklich Zeit hat, es kann brachial nach hinten losgehen. Es gab keinen Live-Support, es gab grotesk schlechte Gameplay-Entscheidungen, Movement-Entscheidungen, Perk-Balancing, Waffen-Balancing. Eigentlich war an MW2 von Anfang an bis heute alles, wirklich alles drunter und drüber. Die Bugs, die wir dort hatten, ich kann bis heute meine AK-74U in MW2 nicht auf die letzte Tarnung spielen, weil es bis heute irgendwo auf Gold-Ebene mit drei Kills von zehn oder was man da brauchte, stuck ist. Ich habe alles versucht, wirklich absolut alles. Zweimal ging es weiter, dann habe ich einen Tag später die Konsole neu gestartet, es war alles wie vorher. Absolutes Chaos, ich habe es aufgegeben, MW2 habe ich am ersten Tag aufgegeben. Und jetzt gucken wir uns MW3 an. Ist MW3 besser? Wie viele Bugs haben wir? Wie war der Launch von MW3? Was für Content haben wir? Und ich kann jeden verstehen, der sagt, nö, ich gebe das Geld nicht aus, ist ein DLC für mich, kostet 80 Euro, ist mir zu viel. Das ist vollkommen legitim. Keiner muss sich das Game kaufen. Ich persönlich, und ich glaube, ich spreche für relativ viele Gamer aktuell, haben einfach wieder Spaß an dem Call of Duty. Es ist kein nagelneuer Erfindung. Es sind immer noch Dinge, die genauso in Vanguard und genauso in MW2 am Anfang verpackt waren. Ich sage nur Daily Challenges und eben auch einzelne Camo-Aufgaben von den Waffen. Aber insgesamt hat Sledgehammer es in 16 Monaten geschafft, ein Call of Duty, ein vollwertiges, auf den Markt zu bringen, was wenig Bugs hat, wenig Probleme, was von der Performance her auf dem PC besser läuft als die letzten zwei Jahre Call of Duty. Und sie haben es geschafft, ein Game zu liefern, bei dem Leute, egal wessen Alters, Spaß haben können. Für die einen sind es OG Maps, wo man sich einfach freut, dass man wieder Terminal spielen kann oder Rust spielen kann oder Run Down oder Scrap Yard. Scrap Yard, meiner Meinung nach, in MW3. Zucker. Und für andere ist es eben so, dass sie es schaffen, das, wovon wir, die vor Jahren schon gespielt haben, immer reden, nochmal neu nachzuempfinden. Vielleicht nicht dasselbe Feeling, wie man mit dem Original MW2, MW3 damals hatte, aber mit Karten aus den alten Zeiten, wo heute immer noch Leute sagen, diese Karten gehören mit zu den besten Karten, die Call of Duty in 18 Jahren Franchise-Dasein rausgebracht hat. Und es ist egal, ob das Terminal ist oder Scrap Yard oder Rust, das sind alles Karten, wo, wenn ihr drei Leute fragt, die seit 15 Jahren COD verfolgen, mindestens einer von drei sagt, das ist eine Karte, die gehört zu den All-Time-Favorites. Während ich euch jetzt ehrlich gesagt frage, nennt mir eine originale neue Karte aus Vanguard, die für euch All-Time-High war. Nur eine. Ich kann nicht mal die Namen von den Karten noch. Nee, ich kann die Namen wirklich nicht. Es ist nicht mal übertrieben. Nicht so von wegen, oh, das kommt cool aus. Ich kann die Namen einfach nicht. Nennt mir eine neue Map aus MW19, die ihr richtig gut gefunden habt. Eine neue Karte. Keine. Es ist, wir haben mit MW19 zum Beispiel sowas wie Azir Cave und Piccadilly Circus bekommen. Karten, die derartig schlecht sind, dass man zwischendurch gedacht hat, die releasen jetzt ein anderes COD noch danach. Und zu sagen, wir haben euch nur getreut, so schlimm ist es gar nicht. Während ich immer noch in Black Ops 4 an Karten wie Arsenal denken muss und Hacienda, die, vielleicht war Black Ops 4 kein perfektes COD, aber so ikonisch waren und so viel Fun gemacht haben, dass ich auch Jahre später noch daran denke. Und das haben sie mit MB3 wieder geschafft. Wir werden uns an die Waffennamen nicht erinnern, aber jeder, der sich darauf einlässt, dass er hier kein nagelneues Premium-Produkt bekommen hat, sondern im Prinzip, so wie ich das mittlerweile nenne, wir haben dieses Jahr von Sledgehammer bekommen, was wir in MB2 von Anfang an hätten bekommen sollen. Ein Fast-paced Run-and-Gun-Game mit einem mehr als fragwürdigen Matchmaking. Das muss man ganz ehrlich so sagen, SPMM ist Dogshit, das ist einfach so. Aber Fast-paced nehmen wir das Matchmaking raus mit Waffen, die sich gut anfühlen, mit Maps, die gut aussehen, mit Gameplay-Mechaniken, die Spaß machen und dies erlauben, als Camper, als Rusher, als Flankierer, als taktischer Spieler oder als Slayer zu spielen. Es ist egal, für welche Spielart ihr euch entscheidet oder was ihr seid, jeder hat die Chance, mit MB3 diese Spielart zu spielen, während es in MB2 nur das taktische in der Ecke sitzen und übers Headset horchen, wenn denn irgendjemand um eine Ecke läuft, kommt. Es gab keine andere Spielweise, die irgendwie erfolgsversprechend war, unabhängig vom SPMM und EOMM. Hat Slashhammer Games also dieses Jahr geliefert? Ja, meiner Meinung nach 100%. Es ist kein neues Game, es sind keine riesen Neuigkeiten dabei, sie haben nichts auf den Kopf gestellt, aber alles das, was sie angepackt haben, mit der begrenzten Zeit, die sie als kleines Entwicklerstudio bekommen haben, haben sie in Call of Duty gebracht, was uns allen ein paar Wochen, ein paar Monate Spaß bringen kann und dann geht's in das groß erwartete und wo ich große Hoffnung habe, langersehnte Call of Duty 2024 mit Treyarch. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt MB3 und ich würde lieber aus dem dritten Stock vom Balkon springen, im Winter nackt in den Schnee und draußen auf die Feuerwehr warten, als auch nur noch eine einzelne Sekunde Modern Warfare 2 anfassen, denn dieses Game gehört absolut in die Tonne und ist eines der schrecklichsten Games, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich habe mal ein Game gespielt, da sollte ich mit einem Schaf andere Schafe poppen, ich weiß nicht mehr, wie es hieß und das war schon grenzwertig, MB2 hat das um Längen getoppt. Lasst mich eure Meinung wissen, Leute, nächstes Video von mir, ich habe mit dem guten Manty privat getestet, wie funktioniert Totenstille, wie funktioniert das Headset, damit man Schritte lauter hört, ein paar Testreihen für euch und die Ergebnisse und dann wisst ihr auch, wie ihr euch ausrüsten müsst. Haut rein!